Für uns ist R&T die wichtigste Messe, weil wir eine italienische Firma sind, die weltweit tätig ist. Und wir wollen unsere Produkte, die vom Design her super sind, auch der ganzen Welt zeigen. Und wir wissen, dass die R&T eine Plattform ist, wo wir sehr viele Leute erreichen können. Und für uns ist es, lass uns sagen, die wichtigste Messe für die nächsten Jahre. Also wir wollen da unsere Neuheiten zeigen. Also wir werden dort unsere Neuheiten zeigen. Ich kann da leider noch nicht viel dazu sagen, weil andere Leute hören auch mit. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Programm und wir werden das ergänzen und, lass uns sagen, neue Produkte noch im Bereich Terrassenüberdachung und Sonnensegel der Welt vorstellen.